Die Art Innsbruck ist ein fixer Bestandteil des Tiroler und Innsbrucker Kulturlebens geworden. Das ist Johanna Benz zu verdanken zum 24. Mal. Die Art Innsbruck, das bedeutet viel Ideen, aber dann vor allen Dingen viel Engagement, viel Durchhaltevermögen. Ein Ort, wo sich Kunstschaffende genauso treffen wie Galeristinnen, Galeristen und Kunstinteressierte. Ein Ort, der Diskussionen, kontroversielle Diskussionen ermöglicht über Kunstproduktion, über Kunstrezeption. Das alles ist hier in internationalem Rahmen möglich, denn Johanna Benz setzt immer ganz stark auf internationale Ausrichtung. 90 Ausstellerinnen, Aussteller aus über 10 Nationen, Specials, Highlights hat sie sowieso immer im Programm. Also ich kann mich nur als Kulturlandesrätin, aber auch ganz persönlich bedanken für diese Jahre, jahrzehntelange tolle Arbeit von Johanna Benz und ihrem Team. Und ich freue mich schon auf diese Ausstellung, auf diese Messe und freue mich natürlich auf eine Fortsetzung noch viele, viele Jahre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.